Ich bin immer motiviert, wenn ich mich anmelde, und sonntags, äh montags jetzt sogar. Die sind voll nah und die sind voll weit weg, und da steht total wieder über 2. Reihe. Nein. Und ich bin wieder ganz hinten. Ich habe Hunger. Muss kacken. Wie mach ich denn das denn? Das Rad liegt ganz dahinten. Da muss ich über alle drüber springen. Oder ich warte einfach wieder nach vorne. Ich bin wieder auf. 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 Ja. 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 Aaaaaaah! So langsam! Get back on me! Hey! Ui! Ui! Hattest du noch mal Glück auf? Es strick dich noch, Junge! Ich mach dich kaputt, Junge! Ui! Bleib wenigstens an den Pennern dran, hey! Ui! Die langsamste Abfahrt des Wochenendes! Ui! Das geht nicht! Ah shit, ey! Ah shit, ey! Noch ganz, hey! So ist es kaputt! So ist es kaputt! Okay! So ist es kaputt! Es geht mal ein bisschen tummig hier! Oh! Wie gunst du jetzt auf49MA? Oh! Wie geht es? Eine Variante Durchsage ist hier! Tschüss! Hier mit 132 sind wir im Feld Armin Elbumsee mit der 57 kommt sie rein in den Zielbereich. Hier mit 132 sind wir im Feld Armin Elbumsee mit der 57 kommt sie rein in den Zielbereich.